Hallo und Willkommen zurück zu GTA 4 Wir haben in der letzten Folge ein paar Backungen gemacht Und ein Date gehabt, habe ich, ja? Jetzt machen wir weiter Und ich warte auf was Bestimmtes, aber das kommt jetzt nicht Wahrscheinlich auf dem Weg zu Ray Das habe ich nämlich nach einer der letzten Folge Die ganze Zeit weggedrückt, da ist es ja Okay Ja, Ray hat mich die ganze Zeit nach Ende der letzten Folge angerufen, als ich zum Sprecher gefahren bin Okay Ich mach kurz mal was Gut, dann fangen wir halt nicht zu Ray, fangen wir Roman abholen Ist das schon in der nächsten Mission? Weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ja? Gut, dass ich den Arno ignoriert habe, die jetzt male Sonst hätte ich wieder das Problem gehabt, dass ich, äh Die Mission anfange, obwohl ich nicht die Mission machen wollte und so Ist ja zweimal mir in der Aufnahme passiert Zum Glück Noch nie außerhalb der Aufnahme Äh, und das, äh, bin ich froh, dass das auch weiterhin so ist Aber gut, ne, ich hab mir halt sowieso den Anruf für die Aufnahme Und halt, weil ich ja wusste mir schon gedacht, dass das was Interessantes ist Wird ja keinen Sinn ergeben, wenn ich den einfach außerhalb der Aufnahme abspielen Wird ja keinen Sinn ergeben, wenn ich den einfach außerhalb der Aufnahme abspielen Kann ich irgendwie nachgucken? Wie geht der Florians? Okay, ja, das ist tatsächlich Ray's, äh, Mission, von der ich fahren wollte Ja, ähm Ja, ich bin ganz toll und ich bin so sehr schön Ja, die Mythicalität Was natürlich auch so schön Ich meine, du f***st, und ich nehme diese f***? Du, hast du einen falschen Mann, und diese Freunde f***st mit mir um dich zu kommen Ich hatte keine Schmerz, bis du dich gekommen bist Jetzt bin ich praktisch mit dem Kacağız Ich habe so viele Scheiße auf mich Du bist ein Kälterkopf Werden Ich will dich mit mir Ich will dir Sometimes, du musst einfach den Haken gehen Du wirst wirklich fühlen, wenn Florian tot ist? Das klingt optimistisch Nein Ich habe ihn in Zukunft gesagt Ja, du kannst auch einsteigen, Roman. Ja, kann ich machen. Du kannst es auf der Kürze sagen. Hm, let me think about this. Denk nach. Aber weiter. Wenn ich dich nicht verprügeln. Hier? Bruder, wir sind im Tunnel. Wir sind im fucking Tunnel. I cannot work at this speed. No, siri. Left, alright? At-Links. Was hast du dir genommen? Du hast mich in den Tunnel geschickt, du. Bruder, ich bin im Tunnel. Wie gibt's deine Richtung? Ich war wirklich hoch, als ich letztendlich nach Berni's Platz ging. Hoch. Brody Crane, was hast du mich in den Tunnel? Das sieht nicht besonders gesund aus. Rechts. Ja, okay. Sofort rechts gehen. Okay, krieg ich gleich einen Anruf? Also, zum Beispiel. Normalerweise so, wenn es eine Rückrufung gibt. Okay. Wo war das ein Signal, dass mein Handy... Ich glaube, ich gehe gleich hier. Ich würde gerne, wenn das eine Kreuzung wäre. Komm mal raus. Hey, hey. Ich kann das erst hier in der nächsten Kreuzung. Ich bin fast positiv, dass es jetzt hier ist. Hänge rechts. Okay. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass es hier ist. Okay. Wo fährt du uns hin? Rechts, okay? Okay. Mach ich. Mal raus. Hm. Okay, dann. Mal raus. This is it. This is Bernie's place. Are you going to kill him? Hurry up! When I'm done with Florian, he will be begging to die. That is the most your friend will be forward to. Get out of here now. You've done your job. Get on me. The twist is that none of the... Gut. Haben wir das gemacht. You've got to. Hey. Nico, mach dich. Mach dich. Mach dich. Mach dich. Mach dich. Florian. Wagner, ichafahe dir. Ich höre dich. Ich will dich um, Florian. Oh. Florian. Ich habe dich für dich. Das ist eine gute Frage. 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 Ja. 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 Ja.